Tom, alles gut bei dir? Nein, nein, lebe nicht, Joni! Das ist doch das Problem! Ich hab noch ein Herz, ein halbes Herz. Viele rumstehen. Ja, da, wo die ganzen Typen rumstehen. Nein, alter Sterbauer! Verdammt Idioten, helft mir doch! Seid solche Arschlöschel-Frukturen! Ihr seid so scheiße! Warum würdest du... Oh man, ey! Mach... Dann lass jetzt einfach... Das war ein Pitti! Ja, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir Tom, bleib stehen! Ich komme, ich hab auch noch Hefte des Lebens. Weil ich schon wieder Hunger habe ohne Ende. Oh, ich platziere die ganze Zeit das blöde Bier. Oh Tom, ich muss wieder was frasen. Bleib mir nicht immer bei mir in der Bedeckung. Der will mit nem Bogen auf ihn schießen. Moment mal! Was sind das denn für Leute? Wartet mal, kommt mal mit! Hier sind irgendwelche Leute bei mir. Kommt mal bitte! Da seht ihr die? Boah, ich dachte ihr seid hinter mir! Da waren wir gerade immer. Da auf dem Berg, Juni! Das ist ja aber gut, oder? Warte, ich kann... Oh, mein Leben ist gerade ganz schlecht! Ich seh es! Okay, das sind böse! Also... Weil du sie vielleicht böse gemacht hast dran. Naja, aber... Deswegen ist das ganz schön viele, ne? Ja, das... Alle, die kommen auch zu dir! Ne! Jo, ich bin gleich tot! Was ist irgendein anderer auch noch, ne? Ja, der ist mir egal! Wir sind schon wieder Hunger! Juni, du hast auch schwergestellt! Er auf mich zu verarschen! Ich hab auch noch mal! Ich guck gleich nochmal nach, wenn ihr mich grad beschützt! Ich hab grad nen Steak gegessen, hab direkt schon wieder hier! Kannst mich grad beschützen? Boah, Torben! Aber ich krieg das irgendwie grad keine Punkte, doch! So! Nehmt ihr mal den Schaden auf euch! Ähm... Normal! Soll ich auf einfach machen? Weil das haben wir letztens auch umgeändert! Ne, mach einmal normal, geh einmal alles durch, wieder auf normal! Dann fängt sich das manchmal wieder! Jetzt sind sie alle weg! Komm, Juni! Wir kämpfen uns jetzt da durch! Also ich bin voll! Was Leben angeht! Danke, Torben! Das hat sehr geholfen! Ihr Assisi, Joni! Boah, ich liebe so Kämpfe! Ah, du hast mich geschlagen, Ali! Jo, stimmt! Das vergesst du! Nice! Ich liebe deinen Wurfteil, Ali! Und Ali erstmal! Nimm du ihn! Nimm du ihn! Nimm du ihn! Nimm du ihn! Nimm ich nicht! Das war nicht viel zu oft! Der Herr wäre vor! Meint, das war ein schwer von einem Anderen? Wer meinte? Oh, ich will die ganze Zeit, ich muss das Essen! Schon wieder! Woah! Woah! Wir verstanden! Wir verstanden! Torben, ich bin da! Rundschütze! Boah! Lauf mir doch nicht am Kampfverweiter! Wer ist jetzt, wo? Ja! Ich bin sowieso etwas tot! Jo, ich auch! Rück zurück auf den Berg! Jo! Wir hinter uns die ganze Toile! Wie viele hinter uns her sind! Hier in die Mine! Nein, warum bin ich nur ganz doll? Jodi, du Arsch! Hier! Oh scheiße! Rein hier! Warte! Also irgendwas schütt mich damit! Mach mal bitte doch auf leicht, Alter! Ich glaub, da haben wir uns echt vertan! Oh Mist! Jetzt hast du... Oh, jetzt hast du da hinten ganz richtig vieles bohren lassen! Soll ich die gerade mal wieder weg machen? Nein! Wie viel Schaden, wenn du ihn auf einmal fallen gibst? Auf so vielen direkt, ne? Das ist das Praktische daran! Und ich krieg dafür Punkte, Joni! Ich bin jetzt 102! Ja, komm Leute! Ist auf leicht jetzt! Hm... Welche Sachen man noch so bekommen kann? Ich bin 100! Errungenschaft! Er hilft irgendwas! Oh, meine Rüstung macht nicht mehr lang! Hast du noch deine gute Rüstung von Anfang? Nee! Aber ich weiß, wie ich die wieder machen kann! Wir brauchen ein Gondor-Werkbank! Ich hab einfach Eisenschwerter! Wollen wir Leute? Dann haben wir wieder ganz viel auf einmal! Warte! Ich muss grad mal meinen Bogen wieder mal! Ich glaube, meine Schaden bekommt auch voll schnell! Schade! Ich hab auch keinen Fall! Das ist das Problem! Ist das irgendwie auch eine Endlichkeit? Ja! Ich hab den ganzen Ort, musst du mal! Ja! Auch da ist der Freiburg! Das hab ich keinen mehr! Ich hab auch keine mehr! Das war ja geil! Fertig! Nur noch! Oh, du Idiotarsch! Boah, die sind aber stark! Warte, den mach ich alle! Ey, ich hab von denen ne Hose bekommen! Ach, der gibt mir eins auf die Frisse! Nee, die ist schlechter als Orkosto! Ich hab Orkosto'n dort gelassen worden, zu Hause! Und noch einmal! So! Kommt ihr? Wir rennen einfach so schnell! Ich brauch was für Essen, aber ich hab nichts mehr! Yo, ich bin schon wieder halbtot! Habt ihr noch was zu essen? Leute, habt ihr noch was zu essen? Ja, ich hab ganz viel mitgegeben! Jo, die hatten so viel Essen von den Hobbits! Darf ich bisschen was? Ja! Oh! Ich schlag gar nicht mit meinem Schwert! Mein Gott! Komm einfach durchrushen jetzt! Nein, Tom! Noch nicht! Wir sind noch wieder am Berg hinter dir, Juni! Fuck! Warum? Hi! LOL! Nein! LOL! Alter, wie viele da noch hinter stehen! Das geht ja gar nicht! Ja, Juni, dann nimm's! Ja, ja! wir haben ja ganz verehrt! Schön, jetzt sind wir das zu essen! Frieden! Friedenfreude! Erkuchen! Oh, die denken wir, das sind alle! Es geht doch nicht nur die ganze Zeit! Wir müssen da einfach durch! Ja, genauer ist es erstmal alle rennen! Und noch die hier töten! Die machen die! Okay, mach ich! Dann hat's auch noch mal einer! Ja, das ist auch noch mal einer! Hey, das ist mit dem Essen! Irgendwie ist es grad, glaube ich, im Back oder so, was das ich? jetzt ab schade also für eine Maus klicken die ganze Zeit gut nur bei euch die zehn Wochen da okay los alle waren mal weg Jo schon wieder Hunger ich ja auch hier bringen Kirschen keine Ahnung ich hab dir ganz viel gegeben so leute wenn er schon gleich durch Kirsche bringen nur eins um die Kekse so alle bereit 3 2 1 los ich geh vor von mir aus einfach laufen oder auch noch töten schlagen auch noch so ein bisschen aber nur noch so ein bisschen oh fuck Leute ich hab's doch gerade gesagt dass ich hier durchgelöscht bin einfach geradeaus durch Leute ich muss essen musst du essen? ja schon wieder kannst du denn noch sprinten? ja ja das verreicht es aber für Regen reicht es nicht mehr ja egal ja egal brenn alter diese dudele deinen die sind duke centimet dazu den Schweinen alter dazu den Schweinen alter da ist Dschungel oder da geh ich lieber in so einen Spinnenwald da hinten nein komm hier den Berg hoch Tom Tom nee das war ein Fehler ich glaube wie Tom einfach so schon wiederhole wir doch mal los in den Wald in den Spinnenwald Nein, das sind auch Leute am Anfang. Oh, hier ist vielleicht keiner. Tom, alles gut bei dir? Nein, eben nicht, Joni. Das ist doch das Problem. Ich habe noch ein Herz, ein halbes Herz. Oh, Leg. Jetzt tauche ich einfach. Joni, guck mal, da links von dir, wie viele. Nein. Ein Herz. Oh, ah, nee. Ein halbes Herz. Leute, sind alle im Wasser über mir? Hm, genau. Ist so. Ja, ich habe gerade mit Joni geredet. Und die runter. Hier, es sind nur noch ein paar am Rand. Leute. Lass mal noch auf Torben warten. Ich habe noch zwei... Ja, warten ist gut helfen. Tom, ich sehe dich nicht. Ja, komm, ich weiß, wo Torben ist. Du bist im Wasser, ne? Ja, hinter diesem Berg im Fluss. Komm, Joni. Oh, Leg. So, geht wieder. Ah, jetzt denke ich. Ja, Joni, wir haben es gehört. Ich sehe Torben da unten unter Wasser. Leck. Jetzt leck gerade ein bisschen. Wenn ich dumm, ich könnte auch machen. Torben, wo bist du? Oh, Torben, Wasser, da. Sein Ding. Da, wo so viele rumstehen. Ja, da, wo die ganzen Typen rumstehen. Nein, Alter, stell mal auf. Den verlobten Idioten, helft mir doch. Wir gucken... Seid solche Arschlöscher, guck zu am Lach. Ihr seid so scheiße. Warum bist du... Oh, Mann, ey. Mach doch TP zur Hölle, Alter. Nein, Juni. Ich gehe doch nicht. Hä, haben wir doch sonst immer gemacht. Ich bleibe... Ich bleibe in Desk... Wir haben uns immer TP, Torben. Ja, gut. Dann kann ich jetzt weiter. Ciao, macht's gut. Aua, das ist meine Schulter. Joni baut sich einfach hoch, genau. Ich hau gerade ab. Joni, nimm doch so wenigstens den Gandalf-Start mit. Ich bin jetzt auf dem Bauch. Echt, Joni? Ich habe wahrscheinlich... So, ne, heute nicht. Hallo, Torben, du kannst doch TP machen. Ist doch. Du kannst doch mal einen schönen Sprung nehmen. Joni, hast den Cheats ausgemacht, du Schlaumeier. Weißt das? Du hast Cheats ausgemacht. Aber einen Vorteil habe ich noch. Wir waren uns zu Hause gespawnt. Joni, du Idiot! Was ist denn? Warum tpst du mich mal zu Hause? Ich hätte mich nochmal komplett ausrüsten können, weil wir mal in der Truhe. Dann lass jetzt noch ein... Das war ein Pitty! Alter! Torben, das war zwar einmal lustig in der Aufnahme, aber zweites Mal auch nicht. Nein, ich reg mich grad wirklich auf. Hallo, ich war zu Hause. Ich hätte nochmal eine Rüstung zu Hause rumliegen und so. Dann geht's wieder hinten. Nein! Alter! Du musst da reinschwingen, denn deine Sachen liegen da hinten doch noch. Wo? Da unter Wasser. Ich sag, lass uns in den Spinnwald gehen. Torben, wenn du abbiegst, hast du Pech. Der Spinnwald ist, glaube ich, nicht so gefährlich wie diese Doodle. Da, wo du gestorben bist. Ah, lustig. Die heißen Doodle-Dein oder so. Ich weiß gar nicht, wo du da rundtaust. Ach, ich sehe jetzt mal einen Typen, die immer hinter dir her sind. Ja, Alter, er schießt dir wenigstens, okay? Ich hab keine Ahnung. Doch, ich hab einen Fein. Aber ich hatte mal nur einen Fein. Jetzt sterbe ich ja gerade angetreten. Hast du deine Sachen? Ja, aber ich sterbe gleich wieder. In Spinnwald rein, durch den Fluss von der Aufnahme? Ja, ich bin gerade auch am Fluss im Spinnwald, aber ein bisschen weiter drin, Torben. Ich sehe dich. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Sind noch Typen hinter mir? Und Joni sehe ich gerade auch. Er ist gerade irgendwo runtergeschoben. Ja, ich stand oben auf dem Baum, in dem Spinnwald auch von oben her. Es ruckelt da durch ein bisschen, ne? Ja. Wobei das vorhin einmal nur extrem war und jetzt. Nee, bei mir ruckelt es die ganze Zeit. Alle, siehst du mich immer noch? Ja, ich stehe neben euch. Ich sehe gerade Joni. Dann schieß du die Typen hinter mir. Leck. Nee, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ach doch, jetzt sehe ich dich, aber du bist ganz weit weg. Ich sterbe gleich schon wieder. Torben, da unten bist du. Alle, wohin denn? Was? Wo soll man denn hin? Ja, den Fluss entlang, aber erstmal vor dem Zeichen. Oh nein, da sind wir die ganzen Stimmen. Erstmal scherbe ich ja auch gleich. Ich habe mein Schwert nicht mehr. Ich habe auch keine Rüstung mehr. Lass doch oben auf dem Fluss entlang. Äh, auf dem Bäum entlang. Ich bin gleich tot. Scheiße, ich habe wieder Brust. So, damit wollen wir uns hochbauen, Joni? Boah, Joni! Mach bitte irgendwie auf Elf mega leicht oder so. Die ziehen ja durch, diese Wichser. Wir können hier nach ganz oben. Ja, aber wie, Joni? Ich werfe euch Erde runter. Also ich bin jetzt schon hier oben auf dem Baum. Torben, hier. Geh direkt hinter die bin ich. Da. Also ich kann hier Erde zuwerfen. Alter, habt ihr noch irgendein Ersatzschwert oder so? Hier. Ja, ich habe noch ein Ersatzschwert. Ach, Joni, wir haben eine Mod vergessen. Welche? Ja, welche denn wohl? Die, die, die Minecraft-Header-Ringe-Mod-Dinger vorgeschlagen haben mit den Bluteffekten und so. Das ist wahrscheinlich Ali gar nicht. Ja. Ja, ich bin gleich wieder tot. Joni, die mit den Bluteffekten und wo alles besser aussieht vom Gras her und so. Ach, die. Ich kann die gleich noch reinmachen. Ja, gut, dann. Tom, du sagst mir nur, obwohl du dich hochsteckst, dann baue ich dir hier oben schon Holz ab. Ja, gut, ich mach das. Direkt neben deinem. Ja, ja. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann dir nicht helfen. Und Ali, ach, da oben ist Ali. Was denn? Ali ist wohl schon auf dem Baum. Ja, direkt neben dir stecke ich mich jetzt hoch. Wenn ich nicht wieder von ihm will. Direkt neben dir kannst du es schaffen. Äh, direkt neben mir. Ja. Ja, richtiger Weg. Alles mit dem Essen ist richtig schön. Doch, jetzt warten wir hier oben, Joni. Wir müssen uns noch einen hochstecken, um zu anzunehmen. Ja, weil ich habe gerade nur zwei Herzen und Hunger. Hier, neben euch ist schon mal ein Weg frei, da wo du dich hochstecken kannst. Alter, hat mich das gerade aufgeregt. Wenigstens habe ich meinen Gandalf-Stat noch. Wisst ihr, wie man Rüstung baut und sowas? Ja, aber dafür müssen wir nach Gondor. Und deswegen will ich sagen, bleiben wir hier oben auf den Bäumen. Und was queren so den Wald? Wer ist dabei? Warte, habt ihr eine Waffe für mich? Das hat einen irgendwie gesperrt. Joni, du hast doch eine Nackung. Ich habe offiziell kein Essen mehr. Möchtest du erstmal meinen Dägger, der macht fünf Schaden oder einen Eisenschwert? Weil Eisenschwert ist auch die Waffe, auf die ich gleich greifen würde. Ich kann dir einen Orkhammer geben erstmal. Oh, egal. Und das hier. Die haben beide zwar schon sehr viel abbekommen, aber das Eisenschwert, wo ich kann. Ach, da ist Ali. Also immer in die Richtung, wo ich gerade hinschlage. Ja, folgt mir einfach. Habt ihr noch irgendwelche Rüstungsteile im Kampf? Ja, sogar sehr viele. Hier, kannst du mal eine alte Rüstung haben. Hier. Geht rum. Wo seid ihr? Nein, nimm meine. Hier oben. Ach, da rum, Ali. Alter. Hast du es genommen hier? Hier. Aber deinen Gandalf stark hast du wieder, oder? Ja. Dann ist gut. Man kriegt es so schnell rum, aber es ist doch kacke. Alter, erstmal wieder beruhigen, Ali. Ich esse jetzt einfach mal das Gammelfleisch. Das ist auch eine andere Tee. Aber warum hattest du auf einmal kein Essen mehr, Ali? Weil ich alles aufgegessen habe. Ich dachte, du hattest so unendlich viel. Ja, warte ich auch. Und man verbraucht halt mega viel. Ach, du hast eine Hose an. Ja, komm, dann lass uns weitergehen. Ich habe noch ein bisschen Alkohol. Ich esse es vor allem. Ich habe einen grünen Apfel noch. Leute, wir schließen gleich einen Kreis, wo wir schon mal in den Land gelaufen sind. Wir müssen jetzt nach Süden, wenn dann, gehen. Was? Komm, ab und hier. Ali, wir müssen nach Süden gehen, ansonsten waren wir da nämlich schon. Okay, okay, okay. So, woher? Nach Süden. Ja, aber dann hier dann. Ja. Wollen wir gerade pennen? Wir haben doch alle Bände geholt. Ich habe ein Bett. Ich habe für Torben extra auch alles mitgenommen, weil ich da nicht wusste, ob der das mitgenommen hat. Ich habe auch Angst. Also, ich habe 20 Coins gekauft. Davon können wir uns schon mal Krieger holen? Ach, so ein Mist jetzt hier. Tom will noch eine höher schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. So, auf jeden Fall, wir können uns ohne Scheiß, wenn wir genug Coins haben, wir können auch Sachen verkaufen beim Schmied, wenn wir einen finden. So etwas wie Eisen und so, kauft er ohne Ende. Hallo, wer pennt noch nicht? Ich penne schon, aber ich bleibe die ganze Zeit rum noch beim Pennen. Ja, ja. Immer noch? Bei irgendeinem Lächter. So, doch. So, Betten mitnehmen. Oh, warum macht man auf, hat man Hunger? Nee, ich nicht. Ich schon. Jetzt hier, oh, ich dachte gerade, hier müssen wir jetzt entlang. Hier, ne? Ja. Und jetzt immer gerade aus. Ja, ja, ja. Ansonsten waren wir da, glaube ich, sogar schon. So eine Angst ist hier runterfallen, aber dann bin ich tot für immer. Oh ja, wenn auch die ganzen Spinnen auf einen warten, Alter. Wow! Achso, aber eben. Jun, gehe ich zwei Meter schon wieder hoch. Tormo, bist du mit? Da. Da, ich dachte gerade. Achtung, hier, aufpassen. Puh. Oh, ich dachte gerade. Das ist voll, riesig erreicht, aber das erinnert mich immer an Hex-Hit an. Ja, Twilight Forest. Genau. Häftigste Jump'n'Run ist das, Junge. Ich sehe hier nicht mal was zum Runterfallen. Doch immer wieder so ein paar Lücken. Ja, ab und zu unten fallen Lücken dazu. Oh, ich dachte gerade. Und wenn das eigentlich immer noch so... Ist hier eine Lücke? Ich spring einfach rüber und teste. Und teste, du bist cool. Das war eine Lücke. Ja, da war keiner eigentlich. Oh, ich dachte gerade. Man springt immer so von oben nach unten. Gleich ein bisschen weiter links ist irgendwas. Ja, ich sehe es. Das ist aber wieder so blöden Elfen, ey. Ihr könnt mich am Arsch wecken. So. Warte, wir warten. Aber auf Turben. Alter, ich habe unendlich viel Hunger, leider. Ich habe auch Hunger. Ja, ich esse schon die ganze Zeit Gammelfleisch. Ich habe noch Birnen. Ja, aber ich habe noch ein paar Kirsch. Hat sich auch, bevor ich gestorben bin. Kirsch, nachst du auch noch von mir? Drei Kirsche und drei Birnen. Ich habe noch einen Apfel, den ich jetzt lasse. Einen grünen Apfel. Na, was haben wir denn da? Adi, lass mal kurz auf Turben fahren. Warum haben wir eben eigentlich die Schweine nicht abgeschlachtet im Kamm? Gute Frage. Vielleicht, weil wir sonst abgeschlachtet worden werden. Warten, date, date. Ich weiß nicht, wo ich jetzt stehe. Ich bewege mich am besten mal gar nicht. Okay, ich bin gar nicht mehr so weit. Was ist das? Ja, diese Wichser sind das hier schon wieder. Komm, wir gehen da runter. Nee. Doch. Wir können hier oben noch weiterlaufen. Ah! Oh! Schen. Oh nein, ich höre schon wieder die Spinnen, Alter. Ah! Sollen wir oben bleiben? Warte, ich gucke erst bei Ali auf dem Bildschirm. Nein! Die Typen helfen mir. Oh, geil. Hier ist man sicher, Alter. Tschüss. Kommt runter hier. Sicher. Oh, ach so. Hier fällt man ja runter. Kommt runter hier. Ganz ehrlich. Muss man hier runterfallen, Ali? Fall einfach. Scheiß drauf. Nee, weil da würde ich sterben. Nö, wenn du volles Leben hast, geht das. Tom, hier ist eine Treppe. Ach, jetzt leckt es ja wegen... Da vorne war eine Leiter, aber ich verfehle sie natürlich. Alter, ich habe noch anderthalb Herzen. So, grab mal ein bisschen Holz fällen. Seht ihr da vorne den Fluss? Den fahren wir da mit Booten entlang. Genau, Juni. Unsere geile Bootsfahrt. Du musst die Folgen hochladen. Oder wir müssen die hochladen. Nein, wo seid ihr, Leute? Ich habe Angst. Genau hier am Fluss. Hast du was zum Essen zu mir, Juni? Ich gebe dir. Egal was. Daikisch. Die Bierenbehaltung. Das ist mega. Die Blätter fallen trotz im Winter. An dieser Stelle kann ich eigentlich auch mal die andere Bote nochmal reinmachen. Weil wenn man jetzt hier so im Wald ist, sieht man das ja. Soll ich Ali? Dann bis gleich. Tschüss. 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 Warum verlasse ich das Spiel? Damit ich hier auch die Mott haben kann. Damit ich hier abgeschlappt werde. Das macht Sinn.